hallo und willkommen zurück zu lego marvel avengers heutige folge geht es weiter mit legosteine suchen und charaktere ja das wird eine längere session mit den legosteinen und charaktere aber ich werde gucken dass ich zwischendrin mal auch was anderes macht das nicht die ganze zeit so eintönig bleibt schon mal gucken ich muss irgendwo nach unten kommen ja so was hätten wir hier im angebot ich habe schon gedacht der tor kommt zu uns alarm anlage ich denke mal die black widow dürfte eventuell so durchkommen oder nein dann müssen wir gucken dass wir das irgendwie abschalten wie kommen wir denn hier jetzt am geschicktesten rein warte mal den habe ich gerade nicht gesehen doch nehmen wir mal wie ein doctor strange so du musst noch ein bisschen was machen für uns ja so schon mal nicht okay da kommt so nicht hoch so es war unter 1 jetzt kommt runde 2 nein nein ah kamera sich ist manchmal richtig blöd da was man gar nicht weiß genau drauf springt oder nicht jetzt verschwürzt jetzt verschwürzt jetzt verschwürzt kurz 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 istas kurz medida jetzt jetzt gut Achso, das ist doch der Ultron, ne? Den hat man, glaube ich, da unten irgendwo... Wo ist er denn? Den haben wir doch auch schon freigeschaltet. Oh, die Charaktere sind manchmal so klein, da sieht man die gar nicht richtig. Ah, Ultron, wo ist das? Ah, da, oder? Wo ist das, der Mini? Jo, passt. Der kann fliegen, dann können wir mit dem weitermachen. Gut, jetzt gehen wir erstmal wieder hier hoch, weil da oben haben wir ja noch ein paar. Komm, den nehmen wir auch noch mit, bevor wir wieder außen weitermachen. So, da ist schon mal der Legostein. Und wir brauchen den Vision wieder. Oh. Warte mal. Für was braucht man das? Hebel, okay. Ah. Habe ich gar nicht gesehen. Gut zu wissen. Jetzt kommen wir nämlich hier durch. So, dann noch einmal hochfliegen und dann haben wir es. Danke. Okay. Gut. So, machen wir mal weiter am Rand. Ähm. So, schon mal gucken. Ich habe hier mal vergessen. Hier, hier müssen wir ja weitermachen. Okay. Hier. Nein. Was? Oh, Skihulk. Wird nicht angezeigt auf der Map. Okay, machen wir gleich. Ich will nur grad man das noch schnell machen. Mal gucken, was Skihulk da... Ach, das ist das gar nicht. Warte mal. Ah, okay. Da brauchen wir Black Widow. Hey, hier drüben. Keine Sorge. Das ist wichtig fürs Spiel. Ja. Skihulk. Uno Momento. So. So. Wo liegt Sokovia? Jetzt ist die Black Widow. Telekinese. Oh. Ich habe eine Cousine. Ich habe eine Cousine in Territü. Ich schwöre Toni gerade noch ein Ding zu haben. So. Danke. Hey, hier drüben. Jo. Jetzt gucken wir mal, was die Skihulk will. Skihulk smash! Haha. Nur ein Scherz. Das ist keine Verprügle so und so viele Bösewichte Quest. Ich bräuchte Hilfe bei der Suche nach dem aktenkundigen Verbrecher, der gestern in meiner Gerichtsverhandlung freigesprochen wurde. Er ist so schuldig, wie ich grün bin. Aber die Beweise reichen einfach nicht aus. Noch nicht. Wenn wir sein Versteck finden, ertappen wir diesen hinterhältigen Betrüger auf frischer Tat. Also? Jo, nehmen wir an. Wenn wir einen Charakter kriegen. Ich bin unserem verbrecherischen Freund bis hierher gefolgt und habe ihn dann aus den Augen verloren. Das Versteck muss hier irgendwo sein. Aber haben wir mit ihr nicht schon mal eine Quest gemacht? Ich glaube schon, oder? Wie bitte? Sprich lauter, Kleiner. Na ja, folgen wir dir mal. Hey? Ich glaube, die Quest hatten wir schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Kommt doch jetzt gleich hier runter, oder? Wo war nicht? Hm. Kriminelle Aktivität auf 12 Uhr. Also ich meine die Richtung, nicht die Zeit. Das passiert gerade eben, aber... Und jetzt haben sie sich umgedreht. Natürlich hatten wir das schon. Hä? Ja, der ist da oben. Bingo! Hier sind wir richtig. Sobald die Polizei einen anonymen Tipp bekommt, hier vorbeizuschauen und sich ihre Augen an all den Beweisen geweidet haben, bekommt mein Freund hier ein neues Versteck. Eins mit Gitterfenstern. Danke für die Hilfe. Ich schulde dir was. Au! Mein Trommelfell! Und jetzt? Das hatten wir doch letztens schon gemacht. Wir müssen jetzt hier warten, bis die Polizei kommt, oder was? Wir kriegen ja jetzt von der auch gar nichts. Schon komisch. Hm. Na ja, da wir jetzt so weit gereist sind, ähm, machen wir hier noch ein paar Lego-Steine. Wie zum Beispiel hier. Hm. Sooo. Können wir hier durchschießen? Naja. Das waren wir schon fast klar. Da. Hey, hey! Bei Holt Stehlein! Du will es nicht gesessen! Ah! Okay. Ah! 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 Thank you! Sooo. Dann gehen wir mal hier weiter. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt oben, ne? Oh, sind beide oben? Okay. Der eine ist hier gleich. Da bräuchten wir diesen. Und dann gehen wir auch gleich zum nächsten. Lass mal gucken. Ah, ja. Da bräuchten wir jetzt ein Tor wieder. Oh, okay. Da müssen wir die richtige Verbindung schaffen. Okay. Gucken wir mal. Aber ich hoffe, da geht es gar nicht mehr weiter, ne? Ja. Ja. Das war das Falsche. Hast gedacht. Ja. Also nehmen wir den da oben. Ach du heilige, warte mal. Ah. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Der geht da oben. warte mal brauchen den unteren das ist der da der obendrüber müsste eigentlich ja und dann hätten wir es vielen dank so dann haben wir hier unten gleich das nächste das ist schneller noch schnell mit hier das ist die einzige tasche die zu diesen schuhen passt sonst keine probleme hast so jetzt müssen wir hier unten diese momente machen ja da brauchen wir schon mal den hawkei ok ok hab's kapiert da brauchen wir black widow gut dann bleiben wir erstmal hier drauf wo geht's denn hier weiter Hätte ich mal lieber gucken sollen, wo es hier weiter geht. Hä? Ja, danke. Hä? Na komm, wir machen mal von vorne. Vielleicht müssen wir hier irgendwo was auslösen noch. Okay, da passiert nichts. Da passiert auch nichts. Passiert hier was? Ja. Hä? Okay, da passiert gar nichts. Aber wo müssen wir dann hin? Oh, hier oben. Oh, okay. Die Stadt hat sich in letzter Zeit ordentlich verändert. Ja. Ja. Kannst du? Ja. So, jetzt müssen wir da erstmal irgendwie hinkommen. Okay, es ist alles offen. Und es ist genau unter. Ne, wo ist denn das jetzt? Ah! Ja. Danke. So. Äh, weiter geht's. In den Geschehen. So. Was hätten wir denn noch im Angebot? Äh, hier. Okay. So, lass mal gucken. Äh, 3x. Äh, 3x. das war runde 1 ja das ist ja easy so letzte runde ja wir haben noch einige zu machen wieder keine züge von der grand central station da brennt es doch schon mal dann brauchen wir hier den kippen das war ja auch relativ easy so wo haben wir das nächste hier gibt es nichts aber da müssen wir erstmal was machen wahrscheinlich wir lassen jetzt erstmal hier durch wahrscheinlich geht das andere jetzt wieder zu ne oder auch nicht oder oder warte mal wie kommt denn der jetzt da durch ah da ist noch ein hebel ja schlau ich höre gerade von einer verfolgung so dann hätten wir das auch schon mal gut so tiefer hier müssen wir schon mal wieder rüber schwingen so blicky wie nein warum dresden dich rum warum dresden du dich da jetzt mal ja ich muss da hoch genau ich muss da hoch schnelle oder was das erst mal er kommt eine machen oder letzt empfängt jemand diese nachricht ganz in ihrer nähe soll etwas vorgefallen sein wenn sie das hören können beeilen sie sich bitte und helfen sie dort aus ne ich kann da jetzt nicht bin beschäftigt hier wollen kippten ok wahrscheinlich müssen wir jetzt hier noch etwas kaputt machen hätten wir wieder ein bisschen was gemacht dann würde ich sagen nächste folge machen wir noch mal eine runde und dann gucken wir mal was wir dann machen joa machen wir so bis dahin tschau tschau